Zu viel Macht hängt im Hauptquartier der Parteien in Österreich, das sich ändern muss. Lässt die Finanzierung der Partei eine andere Art, mit bevorzugten Stimmen umzugehen, wäre ein Anfang, die Menschen haben eine harte Vorliebe für das Treibel-Denken. Samuel Huntington wird oft von den Kulturen kritisiert, ein populäres politisches Erklärungsmuster. Wir sprechen auch von Seamerikans, den Österreichern oder die Griechen bei Analyse der Demokratien westlichen Welt. Natürlich haben Unternehmen Merkmale. Im Allgemeinen vernachlässigen wir, wie wichtig die Struktur politischer Systeme ist.